moin und herzlich willkommen zu 868 in rohstoff der tagesausgabe der formation trader am montag 20 oktober 2014 und der blick auf die rohstoffliste palladium nur noch plus 0,8 prozent so von der stunde war es noch ein prozent silber plus 0,7 prozent gold plus 0,5 prozent platin plus 0,4 prozent und der druck sind erneut die energie werte brand minus 0,5 kult minus 0,7 airbox gasoline minus 1 und natürlich gas kommt ins rollen mit minus 2,5 prozent bin ich aber nach wie vor nicht so richtig traurig dass wir es nicht gestradet haben wissen sie ihr klasico ist nicht wenn fc barcelona gegen real madrid spielt sondern klasico ist wenn ich ihnen natürlich gas zeigen will und dann immer ihnen den full future zeige also ja war eine bärenflagge ja hat sich schwer getan ja ist jetzt durchgegangen ist aber auch schon wieder eine zone wo ich darüber nachdenken würde einen teilgewinn zu realisieren und deswegen bin ich gar nicht so schade finde ich gar nicht so schade dass wir es nicht getradet haben weil wir bei palladium hier deutlich längerfristiger hier in diesem trade hoffentlich drin bleiben können zumindestens ist das was wir uns initial vorgestellt haben heute kommt das höhere hoch und höhere tief was ist denn hier mit diesem berghall geworden über den 15 minuten schaden darüber wir am wochenende gesprochen hatten der ist noch bärisch aufgelöst worden der markt läuft gerade auf der falschen seite diesen berghall weiter nach oben ab und bildet gerade neuen berghall ich spaß mir noch mal aufzuzeichnen der markt hat immer noch potenzial die 745 zu machen wir haben ja ein drittel der position des risikos schon drin würden wenn er noch mal die 745 macht jetzt nachdem wir hier auch das höhere hoch gekriegt haben eine zweite position aufbauen und sehen nach wie vor sehr viel unterstützung trendlinie aufsteigen ehemals trend begrenzen mit der 200 wochen linie über die woche will es ihnen nicht verheimlichen dass wir über die woche die trend unterstützende linie berisch aufgegeben haben sie sehen es hier gerade das hatten wir aber auch schon die woche vorher ich rechne es eher darauf zurück dass wir hier lange untere schatten haben und die linie mit dem schluss kurz aufgrund der langen unteren schatten nicht ganz so sauber ist solange das hier bei dem tag nach wie vor besteht sehen wir hier die unterstützung als gegeben an nochmals wahrscheinlich ist gegeben dass der markt noch die 745 macht würde ich auch abwarten ich tue mich ehrlich gesagt hier gerade schwer prozüglich in den markt zu gehen das ist jetzt aber auch geiz weil ich gerne irgendein einstieg möchte das dann auch wirklich gut vom crv passt warum tue ich mich jetzt schwer prozüglich reinzugehen weil wir eine horizontale marke haben die 768 und weil wir eine haupttrend begrenzende linie seit dem jahres hoch bei 913 haben das läuft hier im bereich von 770 und deswegen tue ich mich so ein bisschen schwer in diesen widerstand rein zu traden und sie ist immer noch als eher wahrscheinlich an dass der markt noch mal zurückkommt allerdings sind wir auch in der komfortablen lage das wird schon eine position haben und wenn er noch mal zurückkommt dann nehmen wir uns auch eine zweite und wenn nicht auch in ordnung man muss wissen wenn wir die trend begrenzende linie über den vier stunden statt politisch aufgelöst haben dann kommt der nächste widerstand bei 782 die 20 tage linie und so richtig erst prozüglich ist wenn hier der doppelboden durch ist wenn wir durch die 200 tage linie durch sind dann haben wir potenzial über die woche in richtung der 840 850 zu laufen bei gold hatten wir miteinander darüber gesprochen gehabt dass der stunden chart in einer bärischen karl formation ist und das ist er auch nach wie vor vielleicht erinnern sie sich daran hier mit dieser bärischen karl formation dass wir aber auch gleichzeitig über den 15 minuten chart eine bullen flagge gebildet haben und dass der markt deswegen eher potenzial hat noch mal eine aufwärts gerichtete bewegung zu machen und heute kam sie auch wir haben sie auch über unsere trigger liste auf der bullischen seite getradet werden unsere zielzone bei 12 49 der markt macht die 12 48 81 in ordnung ist so kommt wieder zurück unser risiko ist jetzt aus diesem trade rausgenommen worden das ist alles entscheidende sie wissen ich mag das besonders gerne nämlich sogenannte non risk trades wichtig ist wir haben hier nach wie vor über den tages chart das möchte ich gerne zeigen nee ich kann nicht sagen high base formation weil eine high base entsteht in einem aufwärtstrend das ist aber hier ein abwärtstrend hoch tief tieferes hoch tieferes tief tieferes hoch deswegen kann ich nicht von einer high base sprechen aber ich kann sagen dass der markt eine seitwärts konsolidierung nach einer hauptbewegung macht und so etwas ist mehr bullisch wenn sie formell ausgebildet sind dann können sie mit dem was ich hier gerade sage hoppala entschuldigen sie eher etwas anfangen weil das eben kein trend ist ich hoffe dass es trotzdem verständlich ist wie auch immer mit dem was wir hier machen die kund-linie fangen sich umeinander zu umschlingen durchaus möglich dass der markt noch einmal hier diese bewegung in richtung zur 50 macht dass wir dann unser take profit bekommen sich bitte darüber im klaren sein 50 tage linie wartet hier auf uns obere begrenzung des keils wartet auf uns und deswegen ist es eher wahrscheinlich dass der markt jetzt im bereich der zu 50 scheitert und dann anfängt hier in richtung der 20 tage linie zu laufen solange das hier mir das drastisch so aussieht es ist unwahrscheinlich dass wir sofort die 20 tage linie bärisch aufgeben also wahrscheinlich noch mal der versuch in richtung zur 50 da werden wir versuchen unser teilgewinn zu realisieren und dann hat der markt potenzial in richtung 12 20 zu laufen 20 tage linie wenn sie bärisch aufgegeben wird dann hat der markt potenzial 1200 zu machen dann die ganz große unterstützung 1180 unwahrscheinlich ist dass der markt hier diese bärische kaltformation bullisch auflöst auflöst verzeihen sie bitte diese linie läuft dann so im morgigen tag bis so an die 12 59 ran das heißt wir können da immer noch hier in dieser bärischen kaltformation sein und da kommen wir auch schon so langsam hier an die obere begrenzung dieses trendkanals ran widerstand 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 hier abgetaucht und das wäre noch ein widerstand also viel widerstand und wenn er dann besonders stark sein will dann kann er vielleicht die 12 75 machen das ist aber wie gesagt die weniger wahrscheinliche variante die wahrscheinlichere variante ist die bärische bewegung wir hatten gestern miteinander auch darüber gesprochen gehabt dass wenn gold stärke zeigt dass dann auch vielleicht selber es schafft was ja gold gezeigt hat hier durch diese trend begrenzende linie zu laufen ein bisschen mehr volatilität in richtung 17 80 17 70 zu laufen dass das eigentlich eine erste shortzone ist die wir auch gerne realisieren würden mit dem ziel in richtung 16 dollar aber der markt bleibt zunächst einmal in dieser linie hängen vielleicht ist auch nur wunschvater das gedanken weil ich gerne die 17 80 möchte jetzt wenn sie sagen ja aber 17 80 das ist ja immer noch nicht prozyklisch richtig der markt hätte auch sogar potenzial vielleicht sogar in richtung 18 20 zu laufen das ist dann die obere begrenzung dieser bärischen flaggenformation schauen sich das an das hier ist die flagge und das ist die stange und wenn der markt dann dahin läuft wenn wir unsere zweite position auf der bärischen seite aufbauen denn wir haben ab 18 20 bis 18 60 hier diese alte wichtige unterstützung ein jahr lang was unterstützung vom 12 vom 2. juli an was unterstützung und hier unterstützung noch mal unterstützung noch mal unterstützung liegen geblieben durchgegangen und alles was in diese richtung geht hier ist nach unserem dafür halten eine zone die man shorten kann mit dem ziel in richtung 16 dollar klar machen sich bitte auch darüber dass wenn der markt hier die aufsteigende trendlinie bärisch auflöst dann ist die bären flagge durch nehmen das hier mal weg damit sie es so besser sehen können das einzige was mir in dieser bären flagge nicht gefällt ist sie würde zu früh bärisch aufgelöst werden es wäre viel schöner wir würden noch ein bisschen hier drin bleiben da kommt auch mehr dynamik rein wenn die bären flagge jetzt bärisch aufgelöst wird dann kann es auch sein dass einfach nur in diese in richtung der tiefs läuft in richtung 16 60 läuft und dann wieder anfängt hier nach oben zu laufen das heißt wenn man jetzt diese bärische flagge nach unten tradet dann muss man sich mit früheren zielen wie heißt es zurechtfinden abfinden wie auch immer ich habe tatsächlich nach 860 ausgaben noch wortfindungsstörungen so dass zu silber sieht nicht stark aus als ich ihnen auch gezeigt hatte war siel was macht eigentlich es lassen sie uns gucken hält sich einigermaßen tapfer ich zeig sie noch mal hier heute kommt wieder zurück an diese jemals trend unterstützende linie was jetzt trend begrenzend ist das problem bei silber und diesen silberminen ist ganz eindeutig der wochenchart der sieht so schwach aus umeinander geschlungene k und d linie low base und etwas was sie nicht kennen wenn sie unser mentor programm teilgenommen haben zeigt auch noch an dass der markt hier potenzial hat weiter abverkauft zu werden gut ganz kurz also möglicher boden um die 80 dollar hatten wir miteinander besprochen einmal zweimal dreimal wichtige unterstützung kaufen wir nicht warum denn nicht mensch große unterstützung kommt noch was zurück und so weiter und so fort naja hier soll es potenzielle boden gewesen sein und hier und hier und hier und hier und hier und ganz viel geld verloren machen wir nicht entweder macht den doppelboden geht durch die nacken linie macht was richtig sauberes macht was klares oder der bleibt hier liegen dann sagen wir 80 dollar gefährdet dann täten wir es auf der bärischen seite und warum machen wir das eigentlich bei palladium und nicht bei klud ganz einfach weil klud hier keinen trend hat während palladium eine formation bullish aufgelöst hat und jetzt wieder auf diese formation aufsetzt das interessiert mich nicht das ist vielleicht überverkauft aber auch extrem bärisch und wie sie hier sehr schön sehen können der aller allererste widerstand in der abland läuft bleibt da gleich dran stecken also interessiert weniger solange er es nicht schafft über die 84 zu gehen und vor allen dingen solange es hier über den tag nicht eine klare kauf formation gibt und vor allen dingen auch über die woche eine klare kauf formation gibt solange es nämlich ganz im gegenteil eine k und d umeinander unterhalb der 20 gibt fall in das momentum der dreht noch einige ehrenrunden die wahrscheinlichkeit dass der hier so zackertumski macht ist extrem gering was ich vergessen habe ihnen zu sagen klar morgen 20 15 webinar deutsche einzelwerte dax m dax tech dax welche werte sind auf große unterstützung welche werte haben relative stärke gezeigt in dieser gegenbewegung und was sind so die ziele die man hat besprechen wir miteinander aus edukativer sicht können sie ganz viel lernen sind sie ganz herzlich eingeladen gucken uns nämlich an was wir so für die nächsten monate so in das neue jahr hinein bis in januar bei den deutschen erwarten bei den deutschen werten erwarten können sind sie ganz herzlich eingeladen schreiben sie eine e mail wie gesagt montagmorgen 20 15 und entsprechend morgen wird es eine ganz ganz kurze klitschko kurze tagesausgabe bei den rohstoffen geben dass sie das schon mal miteinander besprochen haben für den ein oder anderen mag es ja eine befreiung sein wenn er vielleicht nur ein ganz kurzes video schauen muss was habe ich ihnen noch nicht gesagt na klar ich weiß nicht ob sie es hören können ich weiß nicht ob es noch hilfreich ist so manche hat auch schon mal geschrieben nee nicht immer jeden tag über ein stop loss reden dass das bringt nichts doch das bringt ganz viel es ist so wichtig dass wir uns darüber im klaren sind dass der erfolg nur über konstanz geht du kannst einmal den fc bayern schlagen aber das macht dich nicht zum deutschen meister deutscher meister wirst du nur wenn du an jedem spieltag kämpfst eine taktik hast tore machst und so weiter und so fort und deswegen bringt es auch nichts einfach immer wieder mal aus 40 metern drauf zu ballern gibt zwar tor des jahres und ist alles cool aber du schießt viel häufiger daneben und verschwendest viel zu viel energie setups traden zu setups gehören einstiege zu setups gehören ausstiege zu setups gehören chancen risikoverhältnisse und damit man all das machen kann braucht man ein stop loss ohne ein stop loss geht es nicht bitte denn sie waren immer sie taten mit einem stop loss für heute habe ich noch nicht alles gesagt denn ich habe ihnen sie werden es wahrscheinlich nicht wissen noch nicht gesagt dass wir morgen für sie da sind mit einer ausgabe zum sagt dann haben wir eine folge ausgabe für sie silvio ist für sie da mit einer neuen ausgabe zu den us-amerikanischen indizes morgen abend gibt es ein webinar und vor gibt es natürlich noch eine kurze rohstoff tagesausgabe sind sie ganz herzlich eingeladen wieder mit dabei zu sein was habe ich noch nicht ihnen gesagt na klar eins noch mein name ist haben wir das nach scharie und ich wünsche ihnen dass sie gesund bleiben und zwar alle 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 und wenn sie mögen bleiben sie uns formationstädern doch bitte gewogen